3, 2, 1, das ist der Countdown von Jens Prevost. Ich starte in den RTL Hessen Society Countdown mit der Geburtstagsfeier der Woche. Ingrid Steger, die Kult-Schauspielerin, ich sage nur Klimm-Bim. Ingrid wird 75 Jahre alt und bekommt in der Event-Location Transnormal in Frankfurt von der Inhaberin Manuela Mock eine Feier veranstaltet. Genau, so von Frau zu Frau. Wir telefonieren eigentlich jeden Tag. Zweimal. Dreimal. Ich erzähle ihr jeden Pups und sie erzählen mir jeden Pups. Wir hatten gehört, lieber keine Blumen, sondern etwas Stacheliges mitbringen. Frau Steger, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Das haben wir Ihnen mitgebracht. Liebe Kastegel. Ja, Manuela hat uns gesagt, keine Blumen, sondern lieber einen Kaktus. Eine Blume habe ich genug, aber Kaktäne. Und der blüht sogar. Der ist also ein bisschen wie Sie. Aber trotzdem muss man sie pflegen. Natürlich. Pflegen musste man sie ja, sie hatte Herzprobleme, bekam jetzt aber einen Defibrillator eingesetzt. Sie ist wieder fit und bekommt demnächst sogar auch einen neuen besten Freund. Ihre Hündin Elisa war ja leider verstorben. Das schönste Geschenk ist für mich, habe ich glaube ich schon mal gesagt, mein neuer Hund. Das ist für mich das größte und schönste Geschenk. Ohne Hund kann ich nicht existieren. Es ist wunderschön, Ingrid Steger wieder so fit zu sehen. Und ich denke mal, wir werden sie bald auch wieder auf der Theaterbühne erleben.